Es scheint spannend zu werden im US-Wahlkampf. Rund sechs Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl liegt Herausforderer Joe Biden von der Demokratischen Partei. Eine Umfrage zufolge in den beiden umkämpften Bundesstaaten Wisconsin und Pennsylvania, knapp vor Amtsanhaber Donald Trump, von den Republikanern. Biden kommt, der von Reuters Ipsos am Montag veröffentlichten Umfrage zufolge, in Wisconsin auf 48 Prozent der Stimmen, Trump auf 43. In Pennsylvania wiederum kommt Biden auf 49 Prozent der Stimmen und Trump auf 46. Aus vier weiteren umkämpften Staaten, Michigan, North Carolina, Florida und Arizona, sollten Umfrageergebnisse am Dienstag und am Mittwoch bekannt gemacht werden. Gewählt wird der nächste US-Präsident am 3. November. Es gibt weiterhin heftige Debatten um die Wahlabläufe in Zeiten von Early Voting und Briefwahl, angesichts der USA noch immer relativ hart grassierenden Corona-Pandemie.